was geht ab meine freunde reno zu einer weiteren folge mtapp ja hier auf meinem kanal es gibt ein update von mein time at porsche und zwar kann man jetzt eigene tiere züchten die ressourcen von den getten wie eier milch dies des ananas und man kann sogar auf einem pferd reiten leute es gibt viel viel neues muss man sagen die developer sind fleißig sehr fleißig die bringen das spiel echt gut voran muss man den lassen freut mich wirklich so einer genau es gibt viel zu bereden jemand hat in die kommentar ist ja schon richtige klopfer im stade so ein hat in die commentary geschrieben ach guck mal hier haben wir zack ich weiß gar nicht wofür wir genau brauchten ich glaub schon für den tisch wahrscheinlich ne den hier oder wobei dafür brauchen wir hartwood plank naja auf jeden fall hier unter geschenk gibt es umbrella hier gibt es das also und casual hoodie sound thing to keep warm with the depth of winter very soft on the inside fury scarf laba flurry soap animal fat cinnamon sind das ne so ja warte ich wird viel in die kommentare geschrieben was ginger bark aber ich bin mir nicht mehr so sicher gerade aber das ist ja auch erst mal Egal, wir haben viel Kupfer, das ist gut. So. Puh. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Was haben wir hier? Saving the tree farm. Build in place. Let the... Straßendichter. Können wir direkt acht Stück machen, ne? Ähm. Eine. Wir brauchen... Wo ist unser Worsepipe hin? Haben wir echt nur vier? Ah, wir konnten ja nicht so viele machen, ne? Vier, wir brauchen drei, das heißt... Wollen wir echt acht Stück machen? Ähm. Streetlight dreimal... Puh. 24 Stück, das ist schon ehrenwerte Anzahl. Sehr ehrenwerte Anzahl. Ich schaue aber erstmal, ob wir überhaupt noch so viele... Ah, warte. Wir können dann direkt zu Ginger. Warte, was steht denn hier? Was ist das? Leute. War das schon immer da? No more resources. Check ich nicht. Naja. Auf jeden Fall, ähm. Brauchen wir erstmal ein Geschenk für Ginger. Ein Geschenk für Ginger. Eine Muschel. Stimmt, wir haben hier eine Muschel. Ja, Umbrella herstellen. Lass nochmal schauen. Vielleicht mach ich das doch. Spines4. Fibercloth. Haben wir auch nicht mehr, ne? Fibercloth ist aber auch nicht so teuer herzustellen. Delicatefure. Delicatefure. Guck mal, wir haben hier Leder auf jeden Fall. Kann man da mal zurück tun. Puh, ich hab keinen Bock jetzt auch Fibercloth zu machen. Wir geben hier einfach die Muschel. Soll die glücklich sein darüber. Mann, ihr habt noch richtig viel zu Ginger geschrieben. Aber ich weiß es grad gar nicht. Das regt mich richtig auf, dass ich das vergessen hab. Oh. Der ist grün, Leute. Der ist verzeugt. Mr. Gale. What's going on here? I've told you it's been piolulu. Oh. Der Wort vergiftet, manipuliert. Ey, los, Bullerei. Was, der Fluss auch? Hast du die Ursache gefunden? Ich hab's versucht, aber es kommt von oben, von den Barsenio-Wasserfällen. Aber dieser Lift, der ist schon vor Jahren kaputt gegangen. Wow, der River ist auch unsere Wasserquelle. Puh. Okay, der muss das jetzt... Okay, es gibt eine Commission dafür. Gib mir die Commission. Bruder. Look out, almost hit me. Wo ist der Bruder hingelaufen? Ist der hingelaufen? Ich hol mir die Commission. Ja, ja, okay. Mann, wir können doch... Let there be lights noch zwei da. Das heißt, wir müssen nur sechs machen. Ich will aber gern das haben. Oh, gut. Wir können die noch entgegennehmen. Okay. Lift Control. Sehr gut, dass wir das instant entgegengenommen haben. Ähm. The Barsenio lift. Cabin, Steel Bar. Iron, Wooden, Plank. Sieht... Boah, 2,5k Erfahrung. 3,5k. Puh, Leute. Wir müssen jetzt diesen Lift reparieren, den wir mal am Wasserfall gesehen haben. Und darüber können wir dann die Quelle des Übels sozusagen finden, herausfinden. Der ganze Porsche-Fluss ist jetzt richtig dirty. Genau wie der Brunnen. Was sieht man das ja von hier? Können wir ja gleich mal schauen. Und ich denke, wir kommen dann auch da zu Wow Industries. Das ist wahrscheinlich auch die Ursache, vermute ich mal, ne? Ginga. So, dann kriegst du noch ein Geschenk von uns. I really love this. Thank you, thank you. Okay, und dann machen wir noch RP at Stein. Normal macht die Auge Stein. Normal macht die Auge Stein. Normal macht die Auge und gewinnt. Dafür kriegen wir nicht ein Relationship oder so. Mein Herz schmerzt jeden Tag, wenn ich sie sehe. So, wo haben wir Ginga? Guck mal, Presley. Weißt du, wir haben schon fast einen Stern bei dem. Da. Boah, Ginger ist echt schwer, ey. Boah, wir müssen mal Umbrella machen, safe. Und von diesen Rosen ein bisschen kaufen kann man eigentlich in Zukunft. Weil die mag sie am meisten. Und das ist gut. Hallo Leute, wie geht's euch? Hat's klar hier? Und einen Tag? Nein, nein, nein. So, ey. Wir müssen weniger Copper Pipes machen. Wir brauchen nur noch 16. Nur noch 16, ey. Ich check nicht diese Truhe hier. Check ich nicht. So. Ich will das unterbrechen. Cancel. Ja. Wir haben 5. Wir brauchen 11 noch insgesamt. Ja, okay. Das wären genau alle gewesen. Lol X. Okay. Lasst uns mal eine Laterne machen, wenn das geht. Eine leider nur. Wir brauchen dafür noch genau eine Copper Pipe. Das kriegen wir aber hin. Lasst uns mal den Fluss abchecken in der Zeit. Und dann können wir auch ein paar Dingens holen. One View und so. Und für zukünftig, um ein Umbrella zu machen. Oh, guck mal Leute. Da wandert das umher. Also wandert nicht umher. Das chillt eigentlich so ein bisschen rum. Und das ist... Ich hab gedacht, der ganze Fluss ist durchgehend grün. Aber das sind nur so kleine Stellen. Das kommt von da oben. Da, wo wir letztens schon hin wollten. Aber nicht geschafft haben, leider. Wisst ihr, was das bedeutet? Gather. Kaka. Da sind echt nur so kleine Stellen im Fluss. Boah, 102. Critical, critical. Wir müssen nochmal in den Dungeon. Weil da gibt es ja auch nochmal dieses Gift, was wir für dieses Sword of Melis brauchen. Oder Melis. One View, sechs Stück. Ich glaub, wir brauchten nur zwei für Buckload. Aber ich hol mal noch einen. Dann brauchen wir noch Speakers. Speakers. Was haben wir von diesen Umbrella-Typen bekommen? Puh, die Fische sind jetzt wahrscheinlich auch gar nicht nachhaltig. Die sind wahrscheinlich echt miese Brise zu holen jetzt. Sea Urchin. Was geht? Da Spines plus eins. Spines plus zwei. Ja, die waren ja ein bisschen seltener, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Puh, sieht gar nicht gut aus, Leute, hier. Immer diese Industrie, ne? Unnachhaltige Industrie ist gar nicht korrekt. Warte mal, können wir diesen Stein hier abbauen? Oder brauchen wir dafür noch eine bessere Pick? Ah, wir können. Alter, was kriegen wir denn da raus? Puh, ah, genau. Ich erinnere mich, was die mag. Die mag diese Topaz. Diese gelben, äh, Edelsteine. Stimmt. Ich erinnere mich wieder. Snailop kann man eigentlich auch mal hier killen. Die geben aber nur Fleisch. Die geben nie das, was man braucht. Und zwar... Die Muschel von... Mukus. Keiner will Mukus. Wir wollen nur eure Schelle haben. Nur eure Muschel. Mehr wollen wir gar nicht hier. Gauna. Gauna. Das kann man eigentlich mitnehmen. Das ist nachhaltig. Wenn wir schon mal hier sind, kann man mal eins mitnehmen. Powerstones. Gut, gut, gut. Powerstones. Gut, diese, ja, gut. So. Wir brauchen nochmal Spine, 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 Rino. Dino, 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 Dino. Oh. Vorzicht. D-D-T-T-T. Wo sind denn die ganzen Gauner? Gauner, Gauner. Die sind hier verteilt immer am Ufer gewesen, weiß ich noch. Puh, sehr aufwendig dann dieses Ding zu kommen, echt. Ich überlege gerade der Bär. Man kann hier locker zu dem auch eine Relationship haben. Ich wette, mit dir das bringt sogar was, wenn man mit dem gut ist. Irgendwas muss das ja locker bringen. Da wird dir wohl kaum Auge machen, wenn man korrekt mit dem ist. Kann ihm auch... Ich wette, man kann dem Fleisch schenken. Der feiert das. Plus sechs, was? Ich gehe jetzt jeden Tag dem was geben. Papa Bär. Background-Opperchen. Er mag Fleisch, war klar. Normal kriegt man bei dem plus sechs. Bei Ginger eins, wenn man der Rosen gibt. Unglaubliche Welt, in der wir leben heutzutage. Keiner ist mir dankbar. Unglaubel, unglaubel, unglaubel. Ich mache ein bisschen Auge auf Ginger. Das ist echt eine harte Nuss. Schwer zu knacken, ey. Aber... So sind Frauen halt, ey. Das ist bescheid, ey. Wird es gesagt. So ist es halt. Manchmal. Da kann man nicht viel machen. Gegen. Wer hat das gemacht? Das weiß keiner so genau. Bis heute. Ey! Der isst Kacker. Ich mache ein woodcarving of colorful llama. In order to have a closer observation, I can chase him for days. Haben wir K... Mag der? This looks not bad. Sei mal glücklich, du brauchst doch, oder nicht? Kannst du immer nutzen, statt Kacker zu sammeln. So, wir haben hier unsere Koperapipis. Damit können wir jetzt schon mal zwei Straßenlaternis machen. Oh, wir sind vorbeigezogen. Furniture ist das. So, man kann die locker auch bei sich platzieren, oder? Normal kann man. Werden wir auch noch machen, Leute. Haus bauen, das werden wir alles noch safe machen. Oh, die brauchen Fuel. Puh. Ich weiß gar nicht, ob ich noch viel Holz habe. Den will ich mal mit Charcoal laufen lassen, am liebsten. Okay, sieben nur noch. Puh, haben wir noch Holz? Sie fragen alle Fragen. Ich frage mich gerade, wie wir dieses Ironwood... Ironwood. Okay, wir brauchen safe dafür eine bessere Dingens. Besseren hiervon. Hier, civil... Blablabla, blablabla. Irgendwatt, civil, irgendwatt. Kann man die nicht auch mit Charcoal betreiben? Oder den? Not enough wood. Scheinbar nur mit wood. Egal, wir gehen jetzt erst mal zwei Laternen schon mal placen. Placeboen. Oh, der Punkt sieht gar nicht gut aus. Überhaupt nicht gut. Wer war das? Guck mal hier, ist echt dunkel. Eis, der kann ja gar nicht normal leben. Boah, Relationship plus zwei. Warum bei dem plus zwei? Kuckuck. Ich checke bis heute nicht, warum der QQ heißt. Ich denke immer, das ist so ein Fehler. So, jemand hat vergessen, den umzubenennen. Mach schon mal ein bisschen Auge. Nase, kratzt diesmal hier oben. Ungewöhnlicher Zustand. So. Hallo Doktor Ksu. Okay, danke Die hat auf jeden Fall Holzhornhütten, das ist krass, bei der läuft gut Die habe ich immer bei Dr. Xoo eine Plantation machen lassen Bissle Animal Fat reingeknallt Schon hat die ein bisschen Busen Da läuft der Gast, der läuft schon Weil der weiß nicht, ich muss schlafen Ich bin sonst zur Marge Boah Guck mal Das zieht ihr Leben ab, aktiv Boah, das ist gar nicht korrekt Das müssen wir beheben, Leute, das ist nicht gut So kann man nicht leben, aber schon mit unseren Kindern Machinelose Puh, wir haben echt viel Kupfer Wir können gut leben Wir können gut leben Gut, muss ich denn irgendwas craften? Ah, genau Fieber-Kloot Fieber-Kloot Kloot Haben wir mal drei vier Was soll der Geiz? Oh Okay, ich kann gerade irgendwie nicht hier handeln Also mit dem Controller handeln So Umbrella Spines Haben wir genug Ja, können wir ein Save-Wäsche machen Für Gingar Und ich würde sagen Das war es auch Mit dieser Folge Meine lieben Freunde Rinos Okay, Mucke Kleine Mucke Turn-off Turn-on doch zum Pennen Gut, Leute Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge Hinter das Kommentar und Bewertung Ihr wisst Bescheid Und ansonsten würde ich sagen Haut rein Tschüss Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge